Tja, nach diesem spannenden Kriminalfilm, meine Damen und Herren, möchte ich Sie auf zwei Fernsehspiele aufmerksam machen, die morgen Abend auf unserem Programm stehen und die ganz bestimmt nicht weniger spannend sind. Um 20.15 Uhr, alles aus Liebe. Autorin und Regisseurin Heidi Genet schildert unter dem Titel »Mir reicht's und wie geht's dir« die Probleme einer Frau in den besten Jahren. Johanna, Architektin, Mutter von zwei Töchtern, gerade geschieden, glaubt in einem jüngeren Mann den idealen Partner gefunden zu haben.